Am Montagabend wurde Sombra auf dem PTA released, aber da nur, ich glaube, 10.000 Leute auf dem PTA gleichzeitig können, sah das Ganze ungefähr so aus, bis man dann vielleicht nach zwischen, ja, sag ich mal, 1-2 Stunden dann endlich auf dem PTA drauf war. Okay, kommen wir erst einmal zu Sombras Rolle im Spiel. Kategorisiert wird sie als offensiv und ist mit der höchsten Schwierigkeit ausgezeichnet. Dank Tarnung und schwächere Angriffe ist Sombra ausgezeichnet auf dem Gebiet der Infiltration. Sie kann Gegner hacken und somit schwächen, damit sie zur leichten Beute werden. Mit der MP-Ladung kann sie gleich mehreren Vereinten gleichzeitig einheizen. Außerdem kann sich Sombra tarnen und teleportieren, wodurch man sie nur schwer zu fassen bekommt. Dann gehen wir zusammen auch mal ihre Fähigkeiten durch. Als allererstes gilt es da die passive zu nennen, die wirklich wichtig ist, um ihrem Kit die nötigen Möglichkeiten zu geben. Ihre passive Opportunist ermöglicht es ihr nämlich, Gegner durch Wände zu sehen, deren Leben unter 50% ist. Ganz ähnlich wie die Widowmaker Ultimate, allerdings sieht nur sie selber die Gegner und sollte dies logischerweise ihrem Team mitteilen. Diese passive erlaubt es ihr Gegner mit wenig Leben auszumachen und zu jagen, um diese zu finischen. Dann weiter zu ihrer Waffe. Sombra besitzt eine Uzi, die eine Magazingröße von 60 Kugeln besitzt. Jede Kugel macht verhältnismäßig wenig Schaden und die Waffe hat einen schnell startenden und großen Spread, was es ihr unmöglich macht, auf große Distanz konstant Kopfschüsse zu landen. Allerdings auf nahe Distanz kann sie mit der großen Magazingröße und der hohen Feuerrate sehr viel Schaden anrichten. Kommen wir nun zu ihrem Rechtsklick. Dieser ist Hack, der sie ermöglicht gegnerische Charaktere, Halfpacks und Turrets zu hacken, was bei Gegnern dazu führt, dass diese 6 Sekunden lang keine Fertigkeiten einsetzen können. Außerdem werden bei Gegnern, wenn sie gehackt wurden, für 20 Sekunden Lebensleiste und Ultimate Status sichtbar. Gehackte Halfpacks sind für Gegner nicht nutzbar und respawnen wesentlich schneller für das eigene Team. Dieser Effekt bleibt für 60 Sekunden auf dem Halfpack und kann nach einiger Zeit auch erneuert werden. Sombra kann dabei zum jetzigen Zeitpunkt auf dem PTR mehrere Halfpacks gleichzeitig gehackt haben. Diese Fähigkeit hat allerdings, um sie zu balancen, eine Castzeit von 1,2 Sekunden und wird abgebrochen, sobald ihr Schaden bekommen solltet. Außerdem hat diese Fertigkeit einen Cooldown von 12 Sekunden. Als nächstes kommen wir zu der wohl coolsten Fertigkeit ihres Gits, Thermo-Optische Camouflage. Sombra wird für kurze Zeit unsichtbar. Komplett. Gleichzeitig erhält sie für diesen Zeitraum einen beträchtlichen Geschwindigkeitsschub. Wenn sie angreift, offensive Fertigkeiten einsetzt oder Schaden nimmt, wird die Tarnung aufgehoben. Dies passiert allerdings nicht sofort, sondern benötigt eine kurze Zeit, bis man vollständig sichtbar ist. Erst dann kann losgeschossen werden. Diese Fähigkeit macht es Sombra möglich, sich hinter die gegnerischen Linien zu begeben und zur Verwirrung zu stiften, einzelne Gegner auszuschalten oder eben durch ihre passive sichtbare Gegner zu finishen, ohne auf dem Weg dorthin abgefangen zu werden. Dabei hält die Unsichtbarkeit 6 Sekunden und hat einen Cooldown von ebenfalls 6 Sekunden. Sombra könnte also theoretisch die Hälfte des ganzen Spiels unsichtbar sein. Dennoch wäre es ihr nicht möglich, wieder sicher zum Team zurückzukehren, denn wenn auf sie geschossen wird, kann sie ihre Unsichtbarkeit nicht nutzen. Wäre da nicht ihre Teleportationsfähigkeit. Sombra wirft einen Teleportationsempfänger. Sie kann sich unverzüglich zum Standpunkt dieses Empfängers zurückteleportieren, solange er aktiv ist, auch wenn dieser gerade in der Luft sein sollte. Dieser Teleportationsempfänger hält, wenn er platziert wurde, 15 Sekunden lang und solange hat Sombra Zeit, sich also relativ sicher hinter den Gegnern zu bewegen. Außerdem kann sie sich zu diesen Teleportieren, ohne ihre Unsichtbarkeit zu verlieren. Netter Bonus. Kommen wir als letztes zu ihrer Ultimate. Dieser ist EMP und genau das ist es auch. Sombra setzt in einem großen Radius einen elektromagnetischen Impuls frei, wodurch feindliche Barrieren und Schilde zerstört werden. Dazu gehören sowohl Reinhard's Barrier als auch Winstons Bubble. Aber auch Zarya, Symmetra und Zenyatta verlieren einen Teil ihres Lebens für 6 Sekunden. Außerdem werden alle Feinde im Wirkungsbereich für 6 Sekunden gehackt. Diese Ultimate kann sowohl offensiv als auch defensiv eingesetzt werden, denn wenn ihr engagen wollt, kann es sehr nützlich sein, mit dem EMP die gegnerischen Schilde zu zerstören, um so euren Damage zu ermöglichen. Alternativ, wenn ihr von einer Zarya im Graviton Surge gefangen seid, könntet ihr damit gegnerische Fertigkeiten verhindern, die euch sofort töten könnten, wie zum Beispiel eine Tracer Time Bomb. Okay, dann kommen wir noch zu meiner eigenen Meinung. Was halte ich von Sombra? Zu eurer Information auf der linken Seite könnt ihr alle momentan verfügbaren Skins sehen mit den dazugehörigen Waffen. Ich hoffe, das hilft euch weiter. Meiner Meinung nach ist Sombra ein sehr vielseitiger Charakter, der selbst wenn er sehr gut gespielt wird, im Gegensatz zu Tracer oder Genji, wenig erreichen wird. Allerdings, hier kommt die große Stärke, die Sombra meiner Meinung nach hat, sie bietet viel mehr Möglichkeiten, was Teamkoordination angeht. Ein gut gesetztes EMP in eine Zarya-Ult hindert den gegnerischen Reinhardt daran, den Schaden abzufangen oder ein Genji kann nicht herausdashen und 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 und. Ich freue mich auf jeden Fall schon darauf, was die Pros da mitmachen. Außerdem kann eine Sombra, die ihre Verbündeten über Gegner mit wenig Leben informiert, sehr viel zu einer Überzahlsituation beitragen, selbst wenn sie selbst sich gerade nicht mit dem Gegner anlegen kann. Dadurch, dass ihr Hack von den Gegnern sehr leicht unterbrochen werden kann, kann dieser nur selten auf Gegner angewendet werden, weshalb dieser euch im 1 gegen 1 auch nicht viel hilft. Dafür ist das Hacken von Healthpacks meiner Meinung nach eher etwas zu stark. Wenn man es klug anstellt, kann man fast jedes Healthpack in der Umgebung gehackt haben und allein dadurch den Gegnern so viel Heilung denyen, dass ihr allein dadurch in langer Sicht die Fights gewinnt. Ihre Basic-Kombo aus gehacktem Healthpack, TB drauf, Invis hinter die Gegnerinnen, Verwirrung stiften, eventuell jemanden töten und zum Healthpack zurückporten kann sehr nützlich sein, aber auch von guten Gegnern ausgenutzt werden. Ihre Ultimate hat großes Playmaking-Potential, wenn euer Team es ausnutzen kann. Ihre Unsichtbarkeit macht sie zum ultimativen Störenfried, wenn richtig genutzt. Und ihr Teleport macht sie so schlüpfrig wie ein guter Fiss in League of Legends. Ich werde Sombra auf jeden Fall in Zukunft üben und bin schon gespannt, ob Sombra in dieser Version auf die Live-Server kommen wird oder ob an ihr noch etwas herumgehackt wird. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so war, dann liked doch das Video oder abonniert den Kanal, wenn ihr mehr von uns sehen wollt. In diesem Sinne, ich bin Lukas von Denetief Gaming. Ciao!